Manila, kommst du, weil du brauchst Hilfe, du musst Kamera zu jemandem gehen. Gehst du unten, jetzt, weil ich... ал latine... Spinge camera, ma... Big is Manuela. Da-tă-te de aici, de-aia palpatoare. Arată tu, bo, să mergi și vin după tine. Vreau cu tine. Vii cu mine să-ți dau aia. Die meisten sind krank, die meisten sind drogensüchtig und was macht diese gesetzliche drogen ist so dass sie so schnell werden sie schwach und in letzter Zeit zum Beispiel im Dezember sind drei Leute verstorben. Die ist ja hier und die Polizei nicht, die die soziale oder die Anwaltungen zu kommen. Sie haben auch Gigi, Sie haben gesehen. Manuela? 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 Sie kommen Sie, Sie kommen. Sie sprechen mit ihr, wenn wir mit ihr. Manuela, Gehenwir, bitte. Bitte schau' die Kamera, nicht Romeo zu… Gehenwir von hier. Wie stellt man sich das Leben in einem Kanal vor? Wenn man nach unten kommt, ist das erst mal Stocfinster? Auf beiden Seiten sind Heizungsrohre, von denen eine unglaubliche Hitze ausgeht. Das heißt, man muss sehr gut aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Auf allen Vieren kniecht man dann in diesen Kanal hinein, bis man an einen Ort kommt, an dem man einigermaßen stehen kann. Dort halten sich die Obdachlosen auf. Dort leben sie, dort schlafen sie, dort essen die Obdachlosen. Die Straßenarbeiter gehen davon aus, dass sich derzeit rund 150 Menschen in diesem Kanalsystem in Bukarest befinden. Die Straßenarbeiter sind in 100 km, in 7 km. Istia ein PfundFL-kammer. Die Straßenarbeiter sind unter einem Bukarest und aus demnistrotz, der steht sehr gut. Die Straßenarbeiter sind unter einem Krieger aus, und zwar auf diese Musik. Hier können wir das hier nicht weg. Das heißt, er sagt ein Blasen und ist bei diesem Schild, dass dieser ein Blasen ist nicht in einer Trabäische Süß. Das heißt, wiederum ist mit demnistrar wie er zumachen oder noch was er zu. Jezu schrainst, wenn es das am 100 km. Ich habe das. Dupla, ich bin. Dupla, ich bin. 10, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Dupla, ich bin. Dupla, ich bin. Ich bin nicht. Es ist ein Leben, wie das auf der Straße. Es ist nicht wie es, wenn du dich im Leben bist, wenn du dich normal bist. Es ist ein bisschen anders. Es ist ein Gewalt. Es ist ein Gewalt. Es sind andere Menschen, nicht jemand skeptisch. Es ist ein Gewalt. Es muss man dieienne. Es ist weggent. Es ist ein Gewalt. Ich habe eben davor gehört, ja, ich werde hier mit Menschen zu tun haben, die auf der Straße gelebt haben, die Drogen genommen haben und dann auch noch, dass viele eben krank sind, also Aids haben oder eben hoch ansteckende Krankheiten, Hepatitis A bis C, hat man schon Vorurteile und denkt eben, mein Gott, wie soll ich mich da schützen, wie ist das, kann man da sich richtig anpassen und vielleicht auch integrieren, aber es war eine Überraschung, dass es irgendwie überraschend gut eben ging. Ja, schau, ja, was das.